Hallo Chef, guten Abend. Wie geht's dir? Freut mich. Mir geht's auch gut, Chef. Sehr gut sogar. Ich sehr vermissen bei dir, Chef. Du bei mir auch vermissen. Vielen Dank, vielen Dank. Wie laufen meine Urlaub? Super, Chef. Dieser beste Urlaub bis jetzt. Weil der erste Tag, wo wir nach Bosnien kommen, Chef, diese Ausrutschen und Treppen runterfliegen. Total kaputt. Nein, 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 nicht Treppe kaputt, Gott sei Dank. Treppe unbeschädigt, aber diese kaputt. Nichts Bein gebrochen, Gott sei Dank. Wegen Versicherung, weißt du, diese deutsche Versicherung immer spinnen. Wenn Geld auszahlen, immer schwer funktionieren. Nur wenn Geld nehmen, kein Problem. Aber kann nichts laufen, Chef, ganze Zeit nur im Bett liegen. Beine hoch hier alleine spazieren gehen. Einkaufen gehen, essen gehen. Und die ganze Zeit im Bett liegen und Beine hoch. Und wenn ich vom Spazierer nach Hause komme, bei diesen Beinen hoch, gleich drauf brauche ich gar nichts zu fragen. Ich kann nur empfehlen, Chef. Wirklich, der beste Urlaub bis jetzt.